Hallo zusammen, ich bin wieder zurück in Istanbul. Jetzt sind sieben Monate seit meiner Operation vergangen. Und es ist sehr, sehr gut, das Resultat. Ich bin sehr zufrieden mit dem. Nach ein, zwei Monaten sind mir zuerst die Haare sehr stark ausgefallen. Dann habe ich gedacht, scheiße, ist vielleicht nicht alles gut gelaufen. Aber es ist trotzdem alles gut gelaufen. Ich bin sehr zufrieden. So ab dem dritten bis vierten Monat sind die Haare weiter gewachsen. Immer weiter und weiter. Und bis jetzt sind sieben Monate vergangen. Das Resultat gefällt mir sehr. Und ich bin jetzt mit einem Freund hier aus der Schweiz. Er ist gerade am Operieren. Er macht das Gleiche wie ich. Und ja, ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er auch so ein super Resultat hat wie ich. Auf будущее! See you! Bis zum nächsten Mal.